Die Linken haben wir durchaus Themen angesprochen, die in die Breite die Menschen interessiert haben. Das heißt ja oft, die stellen zum Teil die richtigen Fragen und das sind ja auch Fragen, die die Menschen betreffen. Aber es kommt auf die Antworten an, auf das Gestalten in der Politik. Und da suche ich gerne die Auseinandersetzung mit den Linken.